Hallihallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Darkness 2. Wir machen weiter, da wo wir waren. Oh, Moment, ich muss mal eben das Gamepad ausstellen, sonst funktioniert meine Steuerung nicht. Ja, da sind wir stehen geblieben, glaube ich. Hey, Butch! Hier oben! Scheiße, Tricky, wir dachten, du wärst erledigt. Ich weiß, ich muss... Sie haben das Haus, und sie werden alle treten. Scheiße, triff mich dort. Ich suche einen Weg nach unten! Okay. Gibt sie ein Relikt vielleicht? Ja, ich habe jetzt schon lange kein... Ähm... Kein Darkness 2 mehr gespielt. Das heißt, ich werde mich hier wieder eingewöhnen müssen. So, Waffen habe ich keine mehr. Nimm den Kral! Ihr macht uns ganz! Heils Maul! Sie weint, Jackie! Jenny blutet deinetwegen! Ähm... Irgendjahrs nochmal? Aber wenn man das jetzt hörste, ne? Nein! Ähm... Ähm... Okay... Äh... Können wir nicht jemanden auseinandernehmen? Ja, Moment. Ich muss erst mal gucken, wie das nochmal ging. Okay. Wieso? Wir fragen uns nicht einfach auf die Steuerung. Das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich. Was suche ich eigentlich? Lieb Nahkampf, den Umgriff, Wurf... Ah ja, Kuh war es dann, glaube ich, ne? Ah ja. Genau. Ich nehme schon mal... ... das Ding hier mit. Und ich krieg Schnupfen wieder mal. Super. Ich sehe den Träger! Nimm das, Estakado! Okay. Wo ist mein Äffchen? Ach, glaube ich dir. Kann ich denn keinen? Du Sau. Du Sau. Du dreckiger Sau, ja du. So. Für immer, hast du vergessen. Du bist der Ledigsträger. Du bist der Ledigsträger. Ähm. Da drüben. Okay. Also dieses kleine Trägerstück habe ich die ganze Zeit gebrochen. Wo ist denn der andere, der ist verschwunden? Okay. Wieso konnte ich das dann zerstören? Ach so, nur um diesen Schlitzy-Ding wie Viechi rauszuholen. Hier lang? Ja. Sieht so aus. Ich bin tot. Ich höre die Finsternis. Halte dich vor Licht, Werner. Wo immer du auch steckst. Er ist abgestürzt. Er sitzt abgestürzt. Wo immer du auch steckst. Alles meins. Alles meins. Lass deine Scheine von hier rein. Oh, verdammt. Ich will nur einen Dankeschön. Cobra. Genieß den Gesang. Okay. Da! Jetzt Wege! Warum? Wir kriegen Ege, der uns erschafft! Puh. Jetzt wo ich eine Waffe habe, geht das alles viel einfacher. Vorsicht, Häckchen! Kann ich nicht erschießen? Ich habe einen gefunden. Wie viele von denen gibt es? Okay. Wir lassen mich los! Übel Kreatur! Ich bin auch los! Das ist mein Ende. Au! Das hat echt weh getan! Du wirst der letzte Esther Kano sein! Oh! Halt dich vom Licht fern! Kontrollierst du dieses Ding, Dekki? Oder kontrollierst du das Ding? Yay! Es ist vorbei! Okay. Ich will eigentlich nur... ...die Augen. ...ne abgesägte. Wo war die? Ich spüre was. Daten und im Sichernecke. Dein Gesicht wird nicht nur hübsch. Ich will in der Berge... Scheiße! Scheiße! Ah! Erschieß ihn! Scheiße! Ich sehe nur Licht! Wo ist die Fenster? Okay. Okay. ...dieser hier schreckt die Finsternis! Dieser Raum ist sicher! Deine Hilfe werden immer kleiner! Jeff! Nein! Wo bist du? Ich kann mich nicht holen! Warum? Zieh mal her! Warum? Er ist getroffen! Gib ihm den Kurs! Ah! 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 Okay Was, der ist nicht tot? Ich glaube, ich hänge Hallo Ich habe sogar den Kopf gekriegt Moment Ich brauche die Waffe jetzt Erstmal Ich verstehe das immer noch nicht mit dem Gott sei Dank, du bist es Wir werden angegriffen Wir müssen nach Hause, bevor sie alle umbringen Komm Ja, ich mache schon Oh, also ich komme die Die Finsternis kontrolliert jetzt mich Scheiße Da war dieser Priester, der uns im Waisenhaus besuchte Pater Alonso Ja, 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 ich weiß, was du denkst Doch so eine Geschichte ist das nicht Na, egal Der muss tausend Jahre alt gewesen sein oder so Ein Strafprediger von der ganz alten Schule Hat uns erzählt, dass die Hölle Nicht bloß eine dumme Geschichte wäre, damit wir brav sind Sie wäre scheiß real Ein ziemlich übler Ort Wo die Schnorrer, Huren, Dealer und Junkies alle landen Und wenn wir nicht vorsichtig wären Würden wir auch genau dort enden Fuck Wenn es nur so einfach wäre Ja, wenn es nur so einfach wäre Wenn man an sowas glaubt Ich kann sehr gut ohne Religion leben Yay, Munition Gut gemacht Wir treffen uns hier Besser nicht, Kuppel Ich wollte schon immer einen Wirt töten Soll ich da durchgehen oder wie? Ich komm hier nicht durch Bin ich irgendwie zu dumm dafür, oder? Ach hier Sag's doch gleich Hallo Talente kaufen So, was können wir denn kaufen alles Das haben wir weiter gemacht, glaub ich, genau Das kann man nicht irgendwie, keine Ahnung Das kann man nicht irgendwie, keine Ahnung Schnelles nachladen Kleinwaffenexplosivgeschoss Personen für MPs verschießen Explosivgeschoss Die mehr als Schaden anrichten Als normale Kugeln Mein, der dunkle Ach so Machen wir das Jo Was stehen wir hier rum? Ach so Vielleicht geht's dann auch Ja super, ich kann das Licht nicht mal zerschießen Können wir nicht jemanden auseinandersetzen? Ja Können wir nicht jemanden auseinandersetzen? Ja Können wir nicht jemanden auseinandersetzen? Das gefällt mir, oder? Äh, was soll ich machen? Äh, wollen wir das nochmal versuchen? Das geht auch nicht, wieso, wie komm ich da durch? Sag mal, bin ich jetzt einfach zu blöde, oder? Oder, irgendwie Sag mal, Leute Das Spiel Wie konnte ich denn nochmal, wir fragen irgendwie Auf eins oder so? Ich hätte jetzt gedacht das Schloss erschießen, äh wegschießen oder so Aber Das geht auch nicht Bitte lass mich runter Ich weiß nicht, was ich machen soll Wo ist der scheiß, äh, Affe jetzt hin? Ich weiß nicht, was ich machen soll, zum Teufel Ich hab keine Ahnung, tut mir leid Irgendwie Fuck das jetzt oder so, keine Ahnung Aber ich will ihn doch nicht nehmen Kann ich runterlassen Warum hast du mir keine Flügel gegeben? Äh Ist das normal, sollte ich das zerstören können, oder? Bestimmt Hätte ich Hä? Ja, mir ist das egal sein Wohin ist der abgehauen? Seid so fett Au Ist das ein extrem wenig wenigstens? Au Olex Oh Scheiße, ich hab voll daneben geschossen Oh 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 Ist da die Tür los? Ok, jetzt hab ich den abgesägten Ah, Lichtruf Ah, komm her Ich hau dir die Birne ein Hallo? Egal Oh shit What the fuck? Lol Ok War anscheinend richtig, dass ich die Tür genommen hab Jetzt zerquetschen wir einen Da! Da ist einer! Ich sehe den Tiger! Oh! Oh! Dieses scheiß Licht, das geht mir so auf den Piss, ey Deine Schwäche! Scheiße! Warum? Warum? Überlaufen Jetzt die Macht der Fenster niss Lass mich entkult Nies Es ist der eine Meine Zeit mit der Bruchdance ist abgelaufen Ah Du hast meine Finger Schließt alle Tränen! Schließt alle Tränen! Schließt alle Tränen! Okay. Ja. Ich bünd' mich wundert's nur, dass... irgendwie das... Das ist das alles, irgendwie Irgendwie schießt der Irgendwie schießt da einer rum Verdammt Okay Ihr geht hoch, ich halte hier unten die Stellung Hey Jackie, das ist bisher der beste Tag der Woche Okay, das war das für das Level anscheinend, oder? Okay, Leute Dann machen wir hier einen Cut Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder Von The Darkness 2 Ciao, ciao